heute was geht ab leute team bobbelt hier heute noch mal mit einem dragons of legend 2 display gesponsert von zombie zucker kennt ihr schon hat er hat uns schon mal ein display geschickt und da haben wir überrascht sehr sehr gut gezogen also mal schauen ob wir es heute wieder holen können immer link zu seinem tcg market zu seiner facebook seite ist unten und noch mal danke an ihn er verkauft auf alle einzelkarten also falls ihr welche davon braucht könnt ihr bei ihm vorbeischauen ansonsten veranstaltet er jetzt immer turniere in seinem neuen shop tcg warehouse in leipzig könnt ihr mal vorbeischauen immer ein bisschen tiefer die haben noch keine augen den hast du gewonnen jetzt holen sie gleich schon nur weil du gewonnen hast Das ist ja eigentlich eine Lütte, die wir haben in der Nähe. Ja, zieht wir jetzt einfach da hin. Miraforce Dragon. Ist dir falsch? Miraforce Dragon ist gut. Das ist Towers Dragon. Das ist ja geil mit dem Top-Tag. Das ist doch einfach so gut. Das ist doch einfach so gut. Beziehungsweise nicht. Wenn du mit dem Slip kannst du irgendwie da den Fall direkt im Technik erlissen. Den gleichen, den Fäck, die gelingt man so. Den scheiße macht man so. Den gleichen Top-Tag. Oh! Nein, ihr habt's oder raus? Nein. Nein, wie so Katz ist. Ja, die sind wie die Kästchen. Ja. 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 Schönen Schwenketschen. Und das hat alles wie gehafter. Ja. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ich will den Schwarzen, was wer. Ja. Ich mag es, was wer. Ich mag es, was wer. Das ist ein Glück, wenn hier die Fehler dabei stehen. Ich mag es nicht. 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 Wie geht es nicht. Hallo, die mit den Schwarzen Drachen. Das ist einer von mir aus. Ich will ja ein paar, die mit den Weißen Drachen ins Konferenz machen. Alles klar. Ich hab mich jetzt die Maske verursacht. Was ist das? Ich glaube, du bist ja nicht so begrauscht. Ich werde nochmal alle Preise einblenden und die könnt ihr dann auch bei ZombiZocker in seinem Shop finden. Was ist da los? Das ist ja echt Zelt, oder? Das ist Kingdome. Das braucht man ja auch für Brake. Ja. Für das Deck. Brake, du hast. Ich habe einen Kürtel. Ich habe keinen Kürtel. Ich habe keinen Kürtel. Das ist ja kein Kürtel. Das ist ja kein Kürtel. Das ist ja echt Zelt, oder? Das ist Kingdome. Das ist Kingdome. Was ist das? Das ist Kingdome. Das ist Kingdome. Es ist ein Dach, ein Dachstum. Der hat ein Dachstum. Der hat ein Collector mehr, aber der beste ist mit Abschand Mirror Force. Was kann das? Immer wenn er gegen einen Dachstum frei ist, dann muss man jetzt halt, ich hab Mirror Force. Ich bin einfach mit Mirror Force. Wie kommt der aus? Wie kommt der aus? Wie kommt der aus? Letztes Buster? Letztes Buster schon. Oh mein Gott. Was ist das? Ach so, okay. Die Klaue des Chins hier. Ja, das war's. Ich werde mal später alle Preise einblenden und dann sehen wir mal, wie gut das Set war. Das wissen wir gleich. Ansonsten nochmal danke an Zombie Zocker. Alle Links könnt ihr unten in der Beschreibung finden. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Und tschau. Reden Job im Thema 1941 25 22 25 29 30 Bis zum nächsten Mal.